Oh, und erinnert mich bloß nicht an seine Kochkunster. Das, was Maurice gekocht hat, war so ubel. Wie ubel war's denn bitte? Es war so ubel, dass ich's nicht essen wollte. Oh, das ist ja so lustig, weil's um dich geht. Dafür gibt's nicht mal zwei Mangos auf der Witzfruchtskala.